Und damit herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 6 meines kleinen Let's Plays. Enigmatica 2 Expert. Es ist nicht viel passiert. Ich war in der Zwischenzeit hauptsächlich unterwegs, hab erkundet. Dabei ist mir aufgefallen, diese Crates, zumindest hatte ich das Problem, ich hatte davon drei volle Crates und dann hab ich sie aufgestellt und dann waren es plötzlich nur noch zwei volle Crates, das heißt zwei haben sich geleert. Deswegen habe ich ein bisschen investiert und habe mir zwei Diamond Backpacks gebaut. Jetzt gucken wir mal hier rein. Ich hab mal hier ein paar Bienen aufgesetzt, weil die brauchen wir für weiteres Zeug und zwar für den Hängeleiter, da braucht man Hardened Leather und das Hardened Leather kriegt man aus, äh, warte mal, hier in, äh, Shipping Bin. Oh, die kann ich, kann ich verkaufen? Wax Combs verkaufen für den Emerald. Okay, man kriegt die aus diesen Pressed Wax. Da braucht man dieses Hardened Leather und dieses Hardened Leather braucht man für den Glider Wing. Deswegen habe ich die hier mal gesetzt. Außerdem brauchen wir das nachher noch für die Ender Poaches. Deswegen habe ich die hier mal aufgesetzt, fünf Stück. Ein bisschen, was habe ich hier schon drinne und wir gucken jetzt mal, ob wir den Presser bauen können. Ähm, und dann bauen wir noch was anderes. Also heute nicht unbedingt was für, ähm, habe ich noch? Ach, die waren, glaube ich, alle in den kaputten Dingern, ne? Moment, ich muss mal kurz nachgucken. Äh, ich habe Pistons mitgenommen, aber ich glaube, die waren in den Dingern, die sich, äh, geleert haben. Hallo? Hallo, hallo? Wieso reagiert hier nichts mehr? Kackt mein Spiel gerade ab? Ne, so, da ist es wieder. Ähm, habe ich irgendwo noch Pisten, weil ich, wie gesagt, ich war ein bisschen auf Erkundungstour. Äh, ne, hier habe ich nicht drin. Okay, wie, wie, wie kann, sind die Pisten Standardrezept? Naja, gut, Ironplating, äh, wir brauchen zwei Stück, ne? Ironplates haben wir ja, glaube ich, noch. Äh, eins, zwei und der Rest ist, glaube ich, relativ Standard. Äh, Presser. Äh, ach, das ist Compressed Cobblestone. So, aber man kriegt gleich zwei, das ist ja nicht so wild. Das ist ja nicht so wild. Äh, Compressed Cobblestone. Und da haben wir die schon und dann können wir auch den Presser bauen. Jetzt mit dem Presser gehen wir einfach hin, stellen ihn mal hier daneben. Äh, nehmen jetzt die Waxcoms, legen die hier rein und ohne Energie läuft er einfach durch. So, das lassen wir mal kurz durchlaufen, mal gucken, wie viel wir nachher kriegen. Ähm, währenddessen kannst du schon mal weg und einmal schlafen. Wie immer, ich, obwohl ich gerade vor der Aufnahme, äh, komischerweise irgendwie umgestellt habe. Naja, egal. So, was wir jetzt noch bauen wollen, äh, weil ich, äh, nachher ein bisschen, äh, extrem meinen will, äh, ist die Denk Null. Äh, dazu brauchen wir roten Farbstoff. Haben wir rote Blumen gesammelt? Ansonsten müssen wir die... Ähm, äh, haben wir kein Beetroot oder sowas? Ne, ne? Ansonsten müssen wir die Botania, den Botania weggehen. Achso, ich habe unterwegs übrigens eine Enderperle gefunden. Ich habe ein paar, ähm, Astral-Tempel auseinandergenommen. Diese kleinen, die in der Welt rumstehen. Ein paar Wiskrystal, äh, haben wir schon gesammelt. Äh, der kann weg. Ähm, dann müssen wir das den... Warte mal, äh... Kriege ich den hin? Ich weiß gar nicht, wie viel... Äh... Ne, das ist normal. Das könnte sogar klappen. Das heißt, wir brauchen, äh... Light Blue und Rot. Okay, okay. Äh, wo ist meine Pouch? Die ist übrigens voll. Äh, Light Blue Flower. Und Red Flower. So, dann kannst du wieder dahin. Habe ich noch genug Glas? Nö, habe ich nicht. Äh, Sandstone. Acht und eins. Kann das schon mal schmelzen. So, dann müssen wir... Äh, wo habe ich meine Bowl? Hatte ich die hier oben reingeschmissen? Ich glaube, ich hatte schon Mortar und Pestel hatte ich doch schon gebaut, oder? Äh, da. Sehr gut. Äh, so. Einmal das. Botania ist eine sehr gute, sehr gute Methode für, äh... Also, Botania Flowers ist eine sehr gute Methode für, ähm... Reichen uns 16? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann ich die auch färben? Nee, das wird ein Hamsterball. Okay. Schade. Äh, wir gucken mal. Äh, Block of Cool habe ich fertig. Redstone habe ich auch da. Und wir brauchen fünf Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf davon. Macht uns den Denk Null Tier 1. Und der müsste genug haben. Äh, obwohl ich glaube, ich könnte... Ich hätte auch... So. Davon brauchen wir vier. Das gibt uns Denk Null Stufe 2. Dann gucken wir mal. Ich brauche ein bisschen Eisen. Äh, Eisenblock. Tup, tup, tup. So. Und was war das für ein Farbstoff? Das war, glaube ich, Light Grey, ne? Nee, White. Okay, White ist nicht so wild. Das kriegen wir hin. Wenn wir genug Sand hätten. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins. Äh, und nochmal schmelzen. So, währenddessen kann das schon mal weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Kiste ist voll. Sehr gut. Wir haben übrigens massive Storage-Probleme. Ähm. Ich müsste jetzt gleich mal die Rezepte gucken. Weil, ich glaube, White Stained... Äh, wir haben doch irgendwo Bone Meal rumliegen. Das weiß ich. Äh, ich hatte nämlich Bone Blöcke gebaut. Äh, Bone Meal. Wo habe ich das? Wo habe ich das? Wo habe ich das? Na, egal. Nehmen wir einen Bone Block und dann machen wir da halt Bone Meal draus. Ist ja wurscht. Na, zwei brauchen wir noch. Jetzt gucken wir mal, wo habe ich das liegen. Äh. Liegt wieder irgendwo, wo ich es nicht sehe. So. Äh, was machst du hier? Du bist fertig. Sehr gut. Ähm. Was sagst du jetzt? Ach, der. Sehr gut. Äh. Ups. So. Ups. Nicht du. Du. White Stained Glas. Ähm. Achso. Ich brauche noch die. Zack. Ähm. Zack. Ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug. Äh. Vielleicht reicht es. Vielleicht reicht es. Oh, aber gerade so. Alter Vater. Ne. Reicht nur für einen. Hä? Mist. Und es muss Kohleblock sein. Es geht kein Charcoal. Ne. Es muss Kohleblock sein. Gut. Dann müssen wir die, ähm, die Stufe 3 mal ein bisschen auf, äh, auf Halde legen. Äh. Den entcrafte ich mal wieder. Aber. Diese, denk null, ist ja schon. Ich glaube, der hält. Äh. Äh. Vier Stacks. Fünf Stacks. Der geht erstmal primär darum, dass ich, äh, Zeug nicht mehr aufsammle. Zeug wie zum Beispiel. Diorite. Andesite. Gravel. Äh. Äh. Kabel. Dirt. Wenn wir jetzt Shift-Rechts-Klick machen, können wir hier Sachen reinlegen. Äh. Dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup. Wo ist Gravel? Da ist Gravel. Äh. Ich will, Ding, so. Und wenn wir jetzt hier Shift-Klick, Shift-Klick, Shift-Halten, äh, Rund-Klicken, haben wir, ähm, na? Können wir auswählen, können wir damit dann auch platzieren. So. Äh. Irgendwie konnte man das auch noch umschalten, von wegen, äh, Wartig-Mogel-Tugel-Placement. Egal. Äh, wenn wir dann voll haben, dann, äh, wird alles gewolltet. Wir nehmen das halt nicht mehr ins Inventar auf. Das ist das, äh, Wichtige daran. Äh, warte mal. Die müssen hier rein. Die White Stink-Glas können weg. Das ist, wie gesagt, nur fürs Farming gedacht. Das ist wirklich nur primär dafür, dass ich dann in Ruhe farmen gehen kann. Ähm. Du kommst wieder da rein. Und dann gucken wir mal. Ich hab ja ein bisschen Leder, hab ich ja. Mal gucken, ob wir die Hengleiter bauen können. Ähm. Zack. So. Äh. Heng. Glider. Und zwar den und den. Dafür brauchen wir das. Wie viel brauchen wir, weil ich nicht so viel mache? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Die Frage ist, hier steht was von Impregnated. Äh. Kann ich auch die Treated Wood Sticks nehmen? Ähm. Ähm. Ich glaube nämlich eher nicht. Ähm. Nee, er will Impregnated Casings haben. Was kostet der Carpenter? Carpenter? Davon Forestry, äh, Sturdy Casing, davon haben wir glaube ich sogar noch welche. Und zwei, zwei Buckets mit Water. Äh. Äh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, eins, zack. Ähm. Wir müssen übrigens zusehen. Also ich werde jetzt, äh, meinen gehen, dass wir ein bisschen, äh, Ressourcen haben ohne Ende. Äh. Weil wir haben hier nämlich ab und zu einen Besucher. Und dieser Besucher, äh, springt ab und zu mal aufs Land. Also hier ist so ein riesen, so ein riesen Wasserdrache ist hier dran, ne? Äh. Der springt aufs Land. Deswegen habe ich die Farm von hier. nach hier hinten verlegt, weil wenn der aus Wasser, aufs Land springt, zerstört der immer die ganzen Crops. Die Frage ist jetzt. Äh. Clockwork. Ich brauche die Clockwork Engine, glaube ich. Dazu brauche ich einen Kompass. Und was brauche ich noch? Einen Piston. Äh. Wie gut, dass ich gerade den. äh, den Cobblestone wieder entcraftet habe. Machen wir mal ein paar mehr Piston. Dass wir zumindest welche auf Vorrat haben. Äh. Piston. Muss der mit Treated Wood Planks gemacht werden? Tatsächlich. Was fehlt denn jetzt, äh, ach so, wir haben. So. Pisten. Dann nehmen wir, bauen wir uns einmal eine Clockwork Engine. Dazu brauchen wir noch ein Copper Gear. Äh. Habe ich nicht welche gebaut. Wir gucken mal hinten rein. Gearcast habe ich auf alle Fälle. Copper müsste ich auch noch ein bisschen was haben. Äh, nicht so viel. Eins, zwei, drei, vier. Ups. Äh. Copper, Copper, Copper. So. Äh. Stub, dub, 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 dub. Ähm. Imprick. Nating Sticks ist im Carpenter. Mit Seed Oil. Äh, Seeds. Haben wir viele Seeds. Äh. Schauen wir mal. Haben wir von irgendwas viel. Achso, ich kann mal kurz hier. Zack. Ähm. Mist. Ähm. Carpenter. Nein, die Olive Oil. Seed Oil. Ah, da brauchen wir noch einen Squeezer. Okay. Gucken wir mal, was der kostet. Äh. Äh. Squeezer. Tin Gear. Cheated Wood. Und... Glas. Okay, das ist okay. Also, zwei Tin. Zwei Tin Gears. Ähm. Tin. Tin. Tin 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 Tin. Da ist Tin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Tin schmilzt zum Glück sehr schnell. In der Verwärm müssen wir auch mal demnächst wieder auffüllen. Habe ich den Carpenter schon gebaut? Ja, den Carpenter setze ich dann hier hin. Das mit diesen Impregnated Sticks, das kostet mich. Es ist wieder ein Schritt zu viel, aber es gehen leider bloß die. Äh, so. Zwei Tin 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 Tin. Noch mal schlafen. Und Squeezer. Ach so, ja gut. Glas sollten wir haben, dann haben wir ja gerade ein bisschen was gebaut. Ist ja egal welches Glas glaube ich. Da haben wir den Squeezer. Dann noch die Clockwork. Clockwork Engine ist auch Glas. Ups. Geben wir mein Gold wieder. Oder beziehungsweise Bronze. So. Quest Complete Squeezer. Haben wir hier jetzt noch Glas drinnen. Haben wir hier noch. Ist hier noch was rausgekommen. Aber ich bin so praktisch. Clockwork. So. Dann gehen wir mal kurz nach draußen. Gucken wir mal wie viel wir hier kriegen. Zack. Ah ja. Hier läuft irgendwo eine Spinne rum. Die interessiert mich gerade aber wenig. Seed. Using. Carpenter. Achso. Für die Tier 6 Crafting Seeds. Squeezer. Macht. Zehn. Wir brauchen. Mehr. Gut. Gut. Dann wird der Hänge leider erstmal nichts. Ich werde in der Zwischenzeit. Hier sind noch mehr. Ich werde in der Zwischenzeit den Squeezer und so weiter betreiben. Bis wir dann ein Bucket haben. Da ist der Squeezer. Da ist der Squeezer. Und zack. Den ziehen wir mal auf. Der produziert dann nämlich die Energie, die wir brauchen. Rot ist okay. Legen wir das hier mal rein. Und jetzt produziert der halt die Seed Oil. Ich gehe hin und werde noch einen Bucket bauen. Den wir da reinlegen können. Zack. Den legen wir nämlich jetzt hier rein, den Bucket. Und dann, wenn ein Bucket voll ist, dann kriegen wir das hin. So. Aber in der Zwischenzeit werde ich auch noch meinen gehen. Oder meinen müssen. Das Harden Leather haben wir. Dann kann das Beeswax und so weiter und so fort. Das kann dann hier draußen in die Kiste. Gut. Gut, gut, gut. Haben wir das irgendwo liegen? Nein, haben wir nicht. Legen wir das mal da oben rein. Also es ist viel zu tun. Viel viele kleine Craftingschritte, die abgewegt werden. Ups, das ist Blödsinnig. Die abgewegt werden müssen. Haben wir hier genug Platz? Das kann weg. Das legen wir dann mit hier oben rein. Das ist Futter für mich. Aber wir haben... Was ist das denn? Prismarine. Ach so, die Prismarine Crystals von den zerstörten Dingern. So, das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Du kommst hier rein. Du kommst mal raus da. Du kommst hier mit rein. Und du auch hier mit rein. So, ich gehe dann jetzt mal ruhig farmen. Also ich gehe jetzt... Also ich zeige euch nochmal, wie weit ich erkundet habe. Einen Moment. Und die Quests können wir auch noch machen. Ich bin diesmal nach hier oben weg. Hab dann gedacht, so, ja, gehst mal nach hier oben. Bin dann wieder zurück zu unserer Base, die wir haben. Hier Home neu. Und bin dann einmal von da nach Süden. Hier übrigens Nuclear Wasteland. Das scheint nicht zu strahlen. Hier habe ich inzwischen durch einen Wegpunkt gemacht. Dann bin ich hier einmal in so einem riesen Forest. Und hier oben irgendwo habe ich dann aufgehört. Hier in dem Bereich. Weil hier soll meine Mine hin. Hier ist nämlich ein Extreme Hits. So. Was ich noch gebaut habe, ist einmal Slime Boots. Und die Slime Sling, damit ich schneller durch die Gegend komme. Ich habe nicht mehr so viel Kobalt. Ich glaube, ich muss... Achso, ich habe übrigens Wing Charm gefunden. Slow Fall. Ist jetzt nicht unbedingt nötig. Aber ich hatte zwischendurch auch noch so einen... So einen Flight Charm. Aber der ist auch in einer der Kisten gelandet, die sich selbst zerstört haben, auf Deutsch gesagt. Ist ein bisschen unpraktisch. Weil so ein bisschen so ein Flight Ring, dieser kleine... Das wäre schon sehr geil gewesen. Aber naja, geht halt nicht. So. Ich werde dann jetzt Mittag essen. Und dann werde ich farmen gehen. Bis zum Erbrechen. Nachdem ich kurz im Neter war noch mal ein bisschen Kobalt geholt habe. Weil ich habe zwar Ardite... Kann ich das eigentlich in den... in den hier schmeißen? Ja, das geht. Sehr gut. Und hier... Kohle läuft durch die Bedbox. Das ist gut. Ardite kann ich halt... Also auch durch einen... durch einen Marzerator jagen. Kommt da auch zwei raus? Moment. Das müssen wir mal verprüfen, weil ansonsten lohnt es sich nicht. Doch kam... Kommt zwei raus. Sehr gut. Gut. Dann ist jetzt die Folge wirklich beendet. Wir haben den Denk Null gebaut und schon mal angefangen für den... für den Hengleiter zu bauen. Aber wie gesagt, ich habe leider nicht genug Seeds. Die muss ich nach und nach jetzt zusammenfahmen. Da kann ich ja irgendwelche Seeds nehmen. Von daher ist es relativ Wurst. So, Freunde. Und damit bis zum nächsten Mal. Halt, stopp, aus. Ne, wir müssen doch noch... Wir müssen doch noch Quest abgeben. Wir müssen doch noch Quest abgeben. Wir haben die Clockwork Engine. Warte mal. Gibt es hier nicht so ein... Claim All? Danke. Gucken wir mal, was wir gekriegt haben. Wir kriegen ein Estral Star Metal Coin. Aha. Noelle von Pems Harvest Craft und Goddess Charm. Keine Ahnung, was das ist. Receipt. Usage. Keine Ahnung, was ist denn das? Das ist ein Goddess Charm. Muss ich mal... Äh... Binovolent Goddess Charm. Muss ich mal gucken, was das ist? Weiß ich nicht. Die Well. Das ist, glaube ich, eine... eine unendliche... eine unendliche Water Source oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wo stellen wir den zum Testen mal hin? Ist das... ist das eine unendliche Water Source? Hier wieder so ein Müll wie die Coins. Die kann man in, äh... Bionis Mertic Dynamo schmeißen. Da macht er daraus... er... macht er daraus elf. Ansonsten relativ sinnlos. Äh... So. Ich brauch noch mal ein Bucket. Hatte ich nicht eigentlich ein Bucket am Mann? immer. Ähm... Nö, anscheinend nicht. So. Dann brauchen wir noch mal ein Bucket. Ich glaube, die Well ist eine unendliche Water Source. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Unendliche Water Source. Sehr gut. Äh... Gut. Dann jetzt aber bis zum nächsten Mal und auf Wiedergesehen. Tschu-Tschu! Tschu-Tschu!